Das ist ein Scharfschütze auf dem Tor, aber den krieg ich nicht von hier. Ich bin genau im Lager, vorne am Eingang. Der Scharfschütze Turm, der ist weg. Ich glaub da noch ein Scharf, ich kann mich nicht sehen, kann er gar nicht sehen. Menge Wachpersonal hier. Eine andere Position kriegen? Irgendeiner hat dich gesehen? Was nein? Der hat den Schuss gesehen, dass ich einen mitgekillt habe. Was ist da hauptisch zu? Der ist aber tot. Ich kann jetzt das Magazin leer gehen. Ich bin hier ungedeckt. Ich bin hier im Hintergrund. Ich bin hier im Hintergrund. Ich bin hier im Hintergrund. Enddots kommen ins Balsch. Gut, leise geht an, das zugegebenermaßen. Oh, toll. Okay, dann. Rechts kommt einer, bei dir. Ich weiß. So, rechts ist komplett leer. Oh, schade. Oh, schade. Wir sind da in der Richtung, wir sind angeschossen Ich bin im Haus Alper Schuss ist weg Hallo Irgendeine Idee, wo ich diesen Ort finden kann? Hier werden sie finden, wonach sie suchen Tausend Dank Konzentration Räuchert sie aus, Leute Steht los Feind getroffen Stellungswechsel Leg die Seine rum Ich heil mich Ich muss mich mal kurz heilen Ja, ich bin draußen In der Richtung Gebäude Ja Oh, oh. sehen einer ist noch nachdenken und ich gucke auch sie kommt aber nicht hoch Versuchen wir zu erschrecken. Ja, erledigt. Der eine ist noch da hinter dir. Ja, ich sprenge. Er ist beim Ausrufezeichen. So, ich gucke nach, ne? Ja, ja, mach. Hat leider nicht ganz so ekel. Nee, aber... Dafür war unser Überfall dafür perfekt. Auch wenn es nicht leise war. War noch leise. So war er doch sehr schmerzvoll für die. Genau, er war leise in einem anderen Sinne. Wir haben sie leise gemacht. Die hatten uns danach nichts mehr zu sagen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab's schon alle. Ja, ich hab's schon. Ich hab's schon alle. Okay, ja. Hm. Aber die Kisten mir hier scheinbar nichts zu bringen mehr. Guck mal hin, hoch zum Dach. Ah, hier ist der Treppe. Gut. das jetzt das nächste das ja wahrscheinlich auf dem falschen egal ich komme nicht holen ich hab mal das deaktiviert ich bin drauf ihre waffengefährten rechnen er kann in seiner operationsbasis dem haubert flugfeld gefunden werden seine basis nördlichen teil der region scheint sinken country verbessern sie ihre ausstand und fertigkeiten um sich auf dieses ziel zu stürzen das ist eine insel ich darf mal besser von so einer kleinen oh nein welches hast du angenommen ich weiß was du angenommen hast da vorne über den hügel kommt man gut rein ich weiß wie du da reinkommst ich sehe es hier vorne direkt vor uns was er entgegner geschnappt entschuldigung so und wie wir diese nuss hier knacken das seht ihr dann in der nächsten folge danke fürs zusehen bis dann mach dein mattes gerade wie heißt der typ nochmal der komische wo du vorher den panzer killen musst walker ja ach ja beim walker sind wir jo ist cool ne easy auf jeden fall ein haupteinsatz und ich sag schon mal wieder hallo an alle zuschauer hallo wir gehen zum walker genau der day walker ja mhm da sehe ich irgendwas drohniges ja das ist ein außen poppen posten sozusagen hohe noch mehr fragen an ho nun fette panzer steht hier mittendrin ja den müssen wir kaputt machen ein paar fußanheiten hat ja keiner gesagt hat er will einfach das stück wohl so siehst du eigentlich hier nicht viel okay am besten ohne entdeckt zu werden ja was hilft denn so gegen den panzer was was dagegen gibt was ist dagegen hilft am besten ohne entdeckt zu werden dass wir da reinkommen ich bin hinter dir ja lautlos oh das ist ein kampfhubschrauber direkt weg ich bin im wasser gefallen dann musst du schwimmen versuchte mal die türme frei zu machen genau so schnell wie ich laufen kann mach dann erst mal eine aufklärung hier da hinten ist ein stück da könnte ich an land gehen ist der frei da stehen zwei leute versuchen die zwei weg zu holen von da aus und da und da und da und da und da oder mit ich mache nicht nur mal nacht sich dann Der Panzer hat uns entdeckt, der Heddy hat uns entdeckt, dann musst du den Heddy holen. Der Panzer hat uns entdeckt, dann musst du den Heddy holen, dann musst du den Heddy holen. Der Panzer hat uns entdeckt, dann musst du den Heddy holen, dann musst du den Heddy holen. Wo bist du denn? Ach da! Nee, du kannst hier auf den Photons drauf. Dirk, hier wenn du noch weiter durchschwimmst. Bam, ja super. Nur weil ich nicht hochgekommen bin. Bist du tot oder was? Ja ja, weil der Panzer hat mich entdeckt. Einen Schuss bis zu tot. Und ich bin nicht hochgekommen. Da ist einfach ein Schuss. Jetzt sind wir beide tot. Die zwei Typen habe ich gekriegt, aber der eine da habe ich die Sniper hat ich mal mit dem Mutantenschuss weggehockt. Äh, wo stehen wir hier? Ach, da rechts ist doch ein Paketchen für uns. Ich habe versucht, wo zu klettern und bin aber nicht hochgekommen. Ja, den hältst du erst auf dem Photon, also auf diese Schwimmdinger da, die da drin sind. Ja, das habe ich auch versucht, da hat der es auch nicht vorgeklettert. Okay, das hat bei mir funktioniert. Warte mal, ich mache mal kurz irgendwie. Oh, ich wollte gerade fragen, kriegst du von hier was geschossen? Ja, habe ich. Sind sogar alle weg, ne? Guck dir das mal an. Ja, sehr schön. Alle Sniper weg. Da ist nur eine Drohne noch. Oder das ist der Panzer. Der Panzer. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir so nach und nach die Typen alle wegholen. Weil sonst einer im linken Turm, einer im rechten Turm. Die hast du noch nicht. Hast du doch, die sind beide weg. Also die sind weg, okay. Auch die auf dem Steg, die sind beide weg. Wir müssen uns jetzt reinschleichen. Ganz klein. Mann sei so. Wohl von der Ausdruck für den Dings. Das ist nicht mehr. Ich meine. Ach. Barsch. 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 Wieso? Was denn? Ja, ich will nicht immer hochklettern. Ich bin ohne Probleme hochgekommen. Äh, bei mir hat er nicht immer. Bis jetzt oben. Ja. So, jetzt müssen wir in den Turm schleichen. Okay. Der Turm haben wir hier. Aber jetzt kann ich mal gucken. Ich nehme den linken. Dann nimmt er mich definitiv unter Beschuss direkt. Den tue ich keinen. Äh, man guckt gar nicht in den Turm rein. Da vorne rum. Der Turm hier ist tatsächlich leer. Wenn du Nachzicht ausgerüstet hast. Nur Nachzicht. Ausrüstung. Von Jungen. Sieh. Ja. Beine. Frech. Dann. Imicht. Mai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist am besten geschlossenen Turm, und dann, wenn du auf das Ding da schießt, ne, führst du am besten immer auf die blauen Dinger. Der Rums ist aber ja ein schönen Karton, kann er sein? Ja, er puzzelt gut. Er brappelt im Karton. Nein, das ist die falsche Stirn. Oh, jetzt passiert der nicht an, ey. Genau, unteren Schuss annehmen. Ja, er hat schon nur noch ein Drittel. Ja, er hat schon nur noch ein Drittel. Okay, jetzt hat er mich erwischt. Er ist tot. Ja, da. Er war verletzt. Jetzt bin ich tot. Ich kann nicht holen. Ja, ich weiß, du bist ja direkt über mir. Ja, ich würde ja mich annehmen. Jetzt würde er mich annehmen. Ok. Ich warte zu, ich bin noch. Der Wocker, der Wocker. Der Wocker. Von der Munition. Alles klar, kommen die hinterher. Ich frage mich, wo diese... Da sind doch Papiere hier drin. Wo sind die blöden Papiere? Ganz oben, wenn. Ah ja, ganz oben, ja. Eine Biografie habe ich gefunden. Wockers Tagebuch Teil 4. Ja. Ich brauche noch. Hier hat es gefunden. Hast du ihn getötet? Das ist ein guter Teil.